Hallo, willkommen zurück. Ich bin in der aufregenden Situation, meine E-Mails zu lesen. Wunderbar, oder? Ich habe sechs neue E-Mails. Open Immediately Kitten. Das ist eine E-Mail von Jeanette anscheinend. Ja, Jeanette at the Asylum. Dort, äh, VTM. Ich soll einfach mal vorbeischauen und sie amüsieren. Warum nicht? Ah, Lacroix hat einen Auftrag. Für mich? Ich weiß, was er ist. Ich erzähle es gleich. Okay. Eine kryptische E-Mail, die ich direkt lösche. Gucken wir nochmal rein. First Network Hub. Wunderbar. Mit Nick. Lese ich auch nicht laut. So, Megahertz Computing. Das heißt, mein erster Hub kommt in dieses Ding rein. In Megahertz Computing. Und der Prinz hat mich, äh, hat mich, äh, befördert? Was? Das ist eine E-Mail von Gary. Hm. Oh. Ich muss ihm eine Kopie von Tab Hotel befinden. Dann kriege ich von Gary ein Pin-Up-Poster von Jeanette. Was ich dann hier aufhängen kann. Das heißt, das ist, ähm, wichtiger als der ganze Rest. Leider. Oder was ist leider? Ist wichtiger als der ganze Rest. Das ist offensichtlich ein Gründer, oder? Das heißt, das machen wir zuerst. Zuerst, ähm, machen wir das mit dem Pin-Up-Poster. Ich muss, wenn ich mich recht entsinne, muss ich das einfach in meinen Briefkasten legen. Das kann man aber gleich noch mit dem Log nachgucken, wenn ich kurz über die Quests rede. Ich weiß nicht. Ja, Megahertz kann man direkt mal machen. Wir müssen einiges im Briefkasten jetzt auch haben, von Mitnick. Wo ist mein Briefkasten? Hier. Was bin ich? Megahertz Access Card. Wunderbar. Hm. Habe ich diese lustigen Hubs schon? Okay, okay. Gucken wir nochmal im Logbuch nach. Viel. Also einmal müssen wir für den Prinz, äh, ein, ein Restaurant in L.A. sabotieren. Und, ähm, ah, ich muss mich nur einloggen. Ich muss gar nichts, äh, aufbauen da. Wunderbar. Wunderbar. Ah, ich habe Vivi noch nicht drüber, äh, noch nicht erzählt, dass ich, ähm, dass ich die Quest für sie fertig gemacht habe, die zweite. Ah, ja. Die Quest mit, äh, dem, äh, Film und den Postern taucht nicht im Questlogbuch auf. Die ist, äh, sozusagen inoffiziell. Aber ich lege das hier rein, das Videotape von Tap Hotel. Ist anscheinend ein, ein Film, in dem Gary mitgewirkt hat. Und wenn ich wiederkomme, in mein Apartment habe ich eine neue E-Mail mit dem nächsten Auftrag von Gary und, äh, ein Pin-Up-Poster von Jeanette. Ja, also ich habe jetzt, äh, definitiv Gründe, wieder hierher zu kommen. Ja, definitiv. Ich habe gute Gründe, wiederher zu kommen. Ja, einmal habe ich gesagt, äh, Heather soll ihre Klamotten ändern in der letzten Folge, das er auch machen wird. Wenn das Gebiet neu ergeladen wird. Und, äh, einmal eben diese Quests mit dem Pin-Up, Pin-Up, äh, ja, mit dem Pin-Up-Poster, ja. Where to? Fahr einfach. Ich kann nur noch an Pin-Up-Poster denken. Sorry. Ja, nach Centamonica. Ähm, kurzer Ausflug zu Mercurio, kurzer Ausflug zu Jeanette, weil sie mir eine E-Mail geschickt hat. Und kurzer Ausflug zu Megahertz, wo ich, ähm, das Netzwerk hacken soll, damit das Schrecknet oder das Botnet oder was auch immer, was das ist, was sie noch verraten oder haben, äh, besser wird. Oh, da ist ein Nox. Ich muss auch zu Bertram Tang. Ja, da gehen wir auch noch hin. Und, ähm, dann irgendwann Chinatown. Chinatown ist zwar der letzte Stadtteil, aber es ist lange noch nicht, äh, das Ende des Spiels. Hey! Bist du einsam? I'm just a lonely little girl on a rainy day. No any games we can play. Hmm. Mensch, ärgere dich nicht, würde mir einfallen. Ah. Die dritte Option ist auch super. Wir könnten zusammen was umbringen gehen. Wie wär das, hm? Wir haben, wir haben, wir haben doch schon was Lustiges gemacht in einer Folge. Oh, well, it's a little different, but entirely possible. Come sit next to me on the bed. I'll show you. Ich hatte keine Ahnung, dass das nochmal geht. Hm, how to amuse myself, please, Tyler. Hm, 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 hm. hm, hm. Oh, boy. Oh, boy. Okay. Okay. Okay, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, was will sie mit ihrer Haarbürste? Mir fallen da nur schmerzhafte Sachen ein. Also, egal. Habe ich keine Ahnung, dass das nochmal geht. Kann sein, dass es durch den Patch gekommen ist, dass man das so oft machen kann, wie man will. Vielleicht passiert auch irgendwas, wenn man das oft genug macht. Aber es hat einen Blutpunkt gekostet. Habt ihr das gesehen? Da. Es hat, ähm, ähm, ja. Weil ich eben nicht am Leben bin und keinen Blutkreislauf habe und all das. Ja. Äh, Bertram Tang. Hallo. Da wollten wir ja hin. Genau. Und dann wollte ich zu Megahertz und dann wollte ich zu Mercurio. Ah, ja. Hallo. Ein Auftrag. Eigentlich. Wie was? Hm. Sicher. Ah, okay. Ich glaube, da muss ich warten, bis er mir eine E-Mail schickt. Leider. Okay. Werden wir drauf warten dann. Muss ja irgendwann passieren. So, Megahertz. Wo ist Megahertz? Da sind die Foxy-Boxes. Megahertz müsste dann einer dieser Seitenstraßen hier sein. Oh, hallo. Willst du mal meinen Blutpunkt zurückgeben? Da ist Megahertz. Das könnte lustig werden oder schwierig. Müssen wir mal gucken. Wollen wir mal schleichen. Hier könnte ein Wachmann sein. Zumindest in der Theorie wäre das durchaus eine Möglichkeit. Ich weiß, bei den späteren Missionen, die der Mitnick für mich hat, da gibt es Wachmänner. Ich weiß nicht, ob es in dieser einen gibt. Und in der Regel, wenn man entdeckt wird oder einen tötet oder einen betäubt oder irgendetwas mit denen macht, ist es vorbei. Ah, hier kann ich etwas anstellen. Machen wir erst gar nicht. Den Strom. Okay, also es ist ein verlassenes Gebäude. So, mal gucken. Ah, Power up the Terminal. Find Net Security Folder. Enter ShrekNet. Und das Passwort ist Gil Bates. So war der Tanz. Ja, ich glaube, das geht komplett ohne, dass man hier irgendwem ausweichen muss oder schleichen muss. Schleichen kann ich ja auch nicht. Also passt das ganz gut. Hm. Ah. Ach ja, okay. Wunderbar. Wunderbar. Net Security. Da bräuchte ich eine Autovervollständigung, wenn ich Tab drücke oder so. Gil Bates. Und ShrekNet. Zwei Erfahrungspunkte. Das waren einfache Erfahrungspunkte, um ehrlich zu sein. Wie es weitergeht, sehen wir dann, wenn... Also wie die Quests weitergehen. Die werden immer schwieriger natürlich. Und gehen von Gebiet zu Gebiet. Sehen wir, nachdem wir die E-Mails nochmal gelesen haben. Ja. Ich glaube auch, das Nosferatu-Bild ist eins, das ich aufheben muss, wegen der Gary-Quest. So, Mercurio. Also erst nochmal in diese Richtung, um Mercurio zu finden. Hm. Das war die falsche Richtung. Erst nochmal in diese Richtung, um kurz Mercurio zu finden und mit ihm zu reden. Und zu gucken, ob er mir einen Flammenwerfer verkauft oder sowas. Ja. Oder einen Raketenwerfer. Und dann können wir eigentlich nochmal E-Mails checken gehen. Weil ich glaube nicht, dass ich noch etwas hier machen muss. Und dann machen wir die zweite Quest. Mit, äh, für, für Mitnick. Und dann machen wir die dritte Quest für Mitnick. Und dann reden wir mit Velvet und, äh, so weiter. Oh, ja. Absolut. Wo ist die SWAT-Rifle? Hat er mir die einfach jetzt gegeben? Oder, oder, oder... Nee, ich glaube nicht. Wo ist die SWAT-Rifle? Habe ich abgelehnt? Habe ich abgelehnt? War das die Ablehn-Option? Ich bin so blöd. Okay, mach's gut. Ich wollte sowieso keine SWAT-Rifle. Die kann ich vielleicht später auch in Chinatown noch kaufen. Also gehen wir jetzt E-Mails lesen und Hever angucken. Und, äh, schauen, ob wir ein Poster an der Wand haben, ein neues. Ja. Was? Lass mich in Ruhe. Puh. Ich bin untot. Oh, 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 oh. Hallo? You are not strong enough to move this. Damit hätte ich an Chunk vorbei in die Art Gallery kommen können? Das habe ich nie gewusst. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Originalspiel auch drin ist. Wow. Das ist ein schöner Weg. Wäre elegant gewesen. Ich habe ihn ja, glaube ich, ähm... Weiß gar nicht. Habe ich ihn umgebracht? Vielleicht. 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 Gehen wir mit vielleicht. So, Taxifahrer. Das ist eine Menge Fahrerei jetzt. Wir müssen zurück nach Downtown. Und, äh, zu unserem Apartment. E-Mails lesen. Ja. In diese Richtung. Hm. Ich hätte vielleicht meine Uhren verkaufen sollen. Aber egal. Ich glaube, die nächste Midnick-Quest ist, äh, auch direkt gegenüber von meinem Apartment. Mit ein paar Gegnern. Diesmal, denen man ausweichen muss, durchschleichen. Aber dürfte auch noch nicht zu schwer sein. Das ist, glaube ich, also hier in diesem Theater ist es. Da muss man durch die Kalisation rein und es ist auch nicht... Es ist nicht zu schwer. Ne. Definitiv nicht. Schauen wir erst mal, ähm, was wir haben hier. Briefkasten. Nichts. Okay. Na, ich bin gespannt, wie Heather aussieht. Das Poster müssten wir auf jeden Fall sehen können, weil das Tap-Hotel-Tape ist, ja, weg. Anscheinend haben die Nosferatu-Ghuls, die, ähm, die die abholen, die, äh, Sachen aus meinem Briefkasten. Ich müsste ja eigentlich mal warten und gucken, wer das ist. So, au, au, au. Wo haben wir denn das Poster? Hm, Fischi... Ach ja. Ja, das ist die Belohnung für die Quest für Gary. Janet, ein Janet-Poster. Hm, oh, 10. Okay. Ja, ähm... Ne, dann unheimlich genug war das, oder? Ja, mal schauen, ob der Kerl im Badezimmer noch da ist. Heather, bist du hier drin? Nein, aber er ist hier drin. Oh. Richtig! Richtig! Okay. Kann man nicht ändern. Ich war hungrig. Heather. Heather. Erstmal lesen wir E-Mails. Das mit der, mit der, mit der Menschlichkeit ist wahrscheinlich schlecht. Okay, der Second-Network-Hub kommt unter das Theater, genau. Wie gesagt. Äh, Wireless-Camera. Ah, ja, ich muss auch mal eine Kamera aufstellen. Ich kann Fotos von Demsel bekommen. Ich brauche eine Data-CD. Might be in Metalhead Industries. Hm. Metalhead Industries. Das ist eine der späteren. Oh, hallo, Heather. Ja, das ist die Überraschung. Drei Menschlichkeit nur noch. Naja. Metalhead Industries. Reden wir später drüber. Das ist Hevers Überraschung für mich. Hey, Heather. Ich brauche, äh, du musst die Leiche wegschaffen. Du siehst verrückt aus, um ehrlich zu sein. Ja, da ist definitiv irgendetwas falsch mit deinem Gesicht. Ja, so ist besser. Wah, wah, wah. Okay, okay, okay. Danke, das war genug Fern... Stotter, Stotter. Genug Fernservice für heute. Macht's gut. Mittelfeld. Mmm-hmm.